Was denn? Ja, ist er klar. Der weiß, dass ich hier bin mit Agathe. Wie alt ist Agathe? 9 Monate, glaube ich. 9 Monate. Also nicht mehr. Ich weiß nicht, weil wir vorne sind so grauernd. Nur die Mischof war Silber. Die Mischof war Silber und der Vater war Quarz. Und in dem ganzen Stammbaum, da ist wirklich so viel durcheinander drin gewesen. Ich meine, die hatten Stammbaum, aber da wurde schon, ich weiß nicht, die Hale fliehen. Und brau, mit schwarz und ich weiß nicht, aus Amerika, die haben da so viel Schlamm gemacht. Und da war auch so Schlamm. Nur das ist jetzt nach der Zeit lang immer ausgewaschen. Bisschen heller ausgewaschen. Aber ist ein Schlamm. Aber da hattest du guten Kandidaten vom Tempo her, ne? Da hattest du jetzt einen... Du bist mal ins Bad, ne? Ja.